Es gibt einen Ort, an dem die Wahrheit etwas zählt. Auch wenn es den meisten Menschen gar nicht aufzufallen scheint. Unsere Organisation sucht immer nach denjenigen, denen die Wahrheit wichtig ist. Sollte ein Kind versuchen zu betrügen, wird es exekutiert. Exkludiert. Wird es exkludiert. Vielleicht erscheint das Auswahlverfahren unserer Mitglieder etwas mysteriös. Mr. Benedict, wir haben unser Team. Hallo? Ich bin der schon erwähnte Mr. Benedict. Ihr besitzt eine Eigenschaft, die in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist. Rainy, dein intuitives Verständnis der menschlichen Natur. Sticky, dein riesiger Wissensschatz. Constance, dein Widerstand gegen gewöhnliche Denkmuster. Kate, dein verblüffendes Talent, Zusammenhänge zu erkennen. Was habt ihr alle für gemeinsam? Ich sehe Angst und hässliche Klamotten. Du bist sehr unangenehm. Okay. Ihr seid die einzigen, die die Wahrheit erkennen können. Und gemeinsam seid ihr unglaublich stark. Wir möchten euch mit einer Mission betrauen, die nur von Kindern durchgeführt werden kann. Eine dunkle Macht versucht uns zu manipulieren. Und ja, es ist mein Zwillingsbruder. Sie brauchen also ein paar Waisenkinder für ihre tödliche Mission. Verstehe. Hoffentlich nicht tödlich. M79. MAHMIND. M79. M79. M31. M